Ach, da hinko. Der Einmarsch der Gladiatorinnen und Annie. Wo ist Annie? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Soll ich die Klappe halten? Halt den Mund, halt den Mund. Papa, eine Weihnachtsmatze auf. Achtung! Mama, Mama! Ich muss ich auf die Klappe halten. Die Klappe halten! Ich schlich! Was ist wichtig? Auf der Glocke. Wir sind ein bisschen weit gelaufen, haben sich eine Stunde hingestellt und kommen jetzt zurückgelaufen. Susanne kann nicht mehr. Zu viel geraucht. Mama ist kaputt. Mama hat eine Kugel gemacht. Mama kann denn gleich eine Schneekugel werden. Also der Hund ist noch fit. Ja! Wohooo!